Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. So, wir haben gerade da oben die Vogelscheuche freigeschaltet. Mal schauen, was sie bringt. Ah, okay. Wo ist mein Raum? Oh, wieder Golden Skulptula. Ja. Diese Schamme ist sehr gut. Genau. So, und gibt es hier sonst noch was? Noch eine Golden Skulptula, so wie es sich anhört. Das sehe ich nur noch nicht. Ah, da hinten. Ja, da schon wir. So, auf dem Schalter könnten wir drücken. Oh. Okay, jetzt um Zeit, okay. Ah. Okay. Ich verstehe, glaube ich. Okay. Wir fangen halt, kann ich nicht mehr. Reichweite mehr. Ja, kann ich schon wieder runter. So. Immer noch zu langsam. Alter Schwede, da muss man aber schnell sein. Aber bevor ich das Schalter noch mal betätige. Jetzt geht es. Jetzt ist es echt von hier nicht aus. Doch. Okay. Auch wenn neu ist. Okay. Oh, hier ist es rausgegangen. Puh. 200 Turbine. Perfekt. Einmal wieder 500. So, und dann geht es wieder zurück. Also ein kurzer, ja, Bonusausflug sozusagen. So, ich war auf der Karte markiert. Ja, tatsächlich. Okay. So, na gut. Aber wir wollten ja eigentlich ganz woanders hin. So. Hier erstmal wieder runter. Nein, 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 ganz runter. Doch, ganz runter. Oh Gott, jetzt muss ich da wieder durch. Oh Gott sei Dank. Ich hab's nicht so mit der Höhe. Gut. Wir könnten jetzt hier durch, aber wie gesagt, ich will vorhin noch. So, jetzt kommt wieder die Feuerwand. Trottel. Schneller, schneller, schneller. So, darauf und darauf. Perfekt. Gut. Haben wir das. So, und jetzt ist weh wieder hier. Dann würde ich sagen, genau, da hören wir Kronenstimmen. Und. Das mal machen. So. Da glätten wir mal runter. Dauert auch wenig. So. Ah, Abkürzung. Sehr nice. Hi. Diese Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Hab Dank. Du bist mein Retter. Höre meinen Ratschlag. In diesem Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, während sie tanzen. Gegen Pfeile sind sie immun. Finde das Relikt der Kronen und du wirst auch diesen Gegner bezwingen. Okay. Zuerst schnappen wir mal den Schlüssel. So, der ist weg. Ein kleiner Schlüssel. Perfekt. Flettern wir da jetzt gleich wieder rauf. Dauert zwar wenig, aber immer noch besser, als einen anderen Weg zu nehmen. So, der Lippe da. Na. Boah. So. Jetzt möchte ich ehrlich gesagt... Ähm... Eigentlich ist es egal. Wir können da auch wieder durchgehen. So. Genau, da war die Schatzkiste. Äh, die, 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 die Dungeonkarte. Ja, jetzt kommt es von dieser Seite. Das war so klar. Na. Das wollte ich nicht, aber egal. Hä? Alter, wie kommt man da rüber? Was, verpisse ich mir warum? Ah, so kommt man rüber. So wahrscheinlich nicht. Nö. Ja, es ist dumm, wenn die Wahrheit ist, dass jemand von dieser Seite kommt. Oder so. Nö. Nö. So. Soll ich mal die Feuerwehr noch mal wieder verschwinden. So, und jetzt kann sie eh wieder kommen. Boah. Was? Jetzt kommt die Schilder von da. Ja, es ist verwischt. Und da durch. Und da ist es einfach. Gut. Wacker-Zong, du hast schon wieder Corona gefangen, aber das ist jetzt einfach nur Gang. Okay. So. Oh Gott, was ist das? Schau hier runter. Ist das nicht der Raum, in dem wir da Rune getroffen haben? Ah, okay. Ja, das ist gut möglich. Oh Gott, ich glaube. So, und ich glaube... Okay. In diesem Raum gibt es jetzt diese Fake-Türen. Und da gibt es diese Feuerwände, da muss man auch aufpassen. Insgesamt, ziemlich gefährlicher Raum. Auch das war fies. Aber ich wollte nur... Boah. Das hier machen. Da hinten ist eine verschlossene Tür, da gehen wir aber noch nicht durch. Schauen wir uns jetzt noch auf der anderen Seite um. Aha, okay. So. Weil, da ist nämlich auf jeden Fall mal noch ein Schalter. Oh. Oh. Ähm. Das ist fies. Gibt es da irgendwann Weg durch? Nö. Ich muss mich da so wischen lassen. Ah, das ist, glaube ich, ein echter Raum. Merken wir uns mal vor. Okay, ich glaube, wir müssen nicht da durch. Gehen wir da mal durch. Ah. Ah. So, das sollte die Dungeon-Karte sein. Äh. Der Kompass. Jawohl. Jetzt ist auf deiner Karte alle Schatztrum. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Gut. Dann haben wir das auch. Fehlt nur noch das Dungeon-Item und der Masserschlüssel. Wobei wir den Masserschlüssel schon gesehen haben. Ist nur noch nicht, wie wir da hinkommen. So, also nur mal fürs Protokoll. Da kommen wir nicht durch. Oh. Oh. Nö. Nö. Ja, alter. So. Da geht's doch. Okay. Gut. Dann hätte ich gesagt, wir schauen jetzt mal durch die verschlossene Türe. Das ist nicht mein Lieblingsraum. Sorry, ganz ehrlich. Okay. So, dann schauen wir da mal durch. Gut, da haben wir auf jeden Fall wieder mal an Gronen. Und können wir aber anscheinend noch nicht mehr freien. Ah, jetzt sind wir. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Genau. So, dann machen wir das mal. Okay, zum Zeit. Ja, es war so klar. Okay. So kommen wir durch. Okay, passt. Dadurch nun einfach schnell da lang. Perfekt. 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 So. Na? Ja, danke. Aber da du. Was? Alter, wie fies ist denn das? Kann man da? Warte mal. Ah, okay. Alter, das ist fies. Oh, oh. Oh, oh. Jo, Zwischenpass. Ein flammender Wisch. Lösche zunächst eine flammende Rüstung. Ja, wie? Gegen Fall ist der ja im Monat gelassen. Womögen. Ah, ich glaube, Bomben. Yes. Und jetzt. Ich kriege den nämlich einen Schaden. Der blieb. Gut. So war mir einmal schon getroffen. Vielleicht noch einmal. Oh, es ist noch mein Gein. Oh, oh. Gut, das war's. Oh. 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 Ah, ist der Aufzug. Besser sehe ich nichts, ne? So, dann sehe ich gleich meinen Schalter. Aktivieren nochmal. Schauen wir mal was passiert. Geht natürlich wieder um Zeit. Okay, das geht's anders. Probieren wir das so einmal aus. Hm, oder so? Ja, so geht's. Sonst hätte ich's mit der Bombe wieder gemacht. Okay, mehr gibt's da aber eh nicht. Geht's da weiter? Gut, die Plattform sinkt sich etwas ein, aber sonst können wir da nichts machen. Oh, da hinten ist ein Schalter. Ah, Zeit? Es geht um Zeit. Das ist hier eine kleine Plattform. Äh, einen dünnen Steg. Genau meins. Ich geh mal durch eine Runde. Das stört. Also, es sollte auf jeden Fall mal vorher alle Gegner da besiegen. So, hier haben wir dann die Schatzkiste. Okay. Okay. Natürlich, und wenn wir da runterfallen, dann geht's wieder ganz rund nach unten. Wie soll das auch anders sein? So, aber irgendwo gibt's glaube ich noch Fledermaus da hinten. Die will auf jeden Fall noch töten, weil ja nett, dass mich die dann stört, wenn ich da jetzt drübergehe. Ja, ich wollte ihn mit dem Schwert äh, zu stören, aber Link hat das Schwert nicht gezogen. Also, hat der Bogen herhalten müssen. So. So. Okay. Wir haben's. Der Stahlhammer. Drücke C, um mit ihm Objekte zu schlagen. Du brauchst dafür beide Hände. Das Dungeon Item. So. Das haben wir hier. Der Stahlhammer. Ähm. Wo ist man mal hier aus? Genau, also. So. So schaut das Ganze aus. Gut. Und mit dem Stahlhammer können wir gleich einmal... Ist da unten eigentlich irgendwas? Könnte ich nicht. Autsch. Okay. Okay. Okay, gut. Also, mit dem Stahlhammer können wir jetzt gleich einmal... Hier draufschlagen. Was das bringt, weiß ich noch nicht, wir werden's aber gleich sehen. Mhm. So, diese können wir jetzt auch mit dem Stahlhammer wegschlagen. Die haben wir auch schon in der Eingangshalle gesehen. Das heißt, da müssen wir dann auch nochmal zurück. Oh. So. Zwarf an Streich. Oh, Fälle. Okay. Jetzt schauen wir uns gleich an. Zuerst besiegen wir doch mal die Gegner. Zwarf. 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 Okay, alles. Was können wir hier machen? Können wir das... So einmal nicht. Können wir draufschlagen. Das geht. Ah. Zwarf. 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 Ich trau mich ehrlich gesagt, diese Kisten ja noch nicht zu zerstören. Weil wenn da Kisten sind, dann heißt das meistens... Ah. Dass man da irgendwo eine Kiste drauflegen muss. Und das ist auch wirklich der Fall. So. Einer können wir zerstören. Boah. Das ist schon fast beide zerstört. So. Weil das ist ein blauer Schalter. Das heißt, da müssen wir irgendwas drauflegen. Oder sobald man sich draufstellt und man geht wieder runter, geht der wieder nach oben. Das wollen wir nicht. So. So. Und hier, glaube ich, sind wir wieder in diesem Raum. Und da können wir dieses machen. So. Wir sind in diesem Raum jetzt. Und können das hier vielleicht schon machen. Ja. Und damit, glaube ich, kommen wir jetzt wieder genau in die Halle zurück. Wo wir auch daran nun ja getroffen sind. Aber. Zuerst möchte ich diesen Schalter aktivieren. Dieser rostiger Schalter, den können wir auch nur mit der Mama. Aktivieren. Weil ich glaube, da kommen wir nochmal. Oh. Ähm. Müssten wir da drüber hüpfen oder können wir von hier aus schon? Schauen wir mal. Ah. Es geht von hier auch. Sehr gut. Ah. Es geht von hier auch. Gut. Es war jetzt nicht mehr gewollt. Aber Gott sei Dank. Der Block ist woanders aufgetaucht. So. Einmal das machen. Der Nächste ist befreit. Der Nächste ist befreit. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Du hast mich gerettet. Dafür vertraue ich dir etwas an. In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue. Sie verbirgt eine Tür. Mit dem Relikt der Koronen kannst du auch dieses Problem lösen. Ja. Das habe ich vor einer Minute gerade gesagt. Ich weiß. Aber gut. Jetzt haben wir die Bestätigung. Und dann den Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Du. Oh. Das bedeutet. Wir können jetzt aber. Ähm. Wieder rausgehen. Und zwar. Wie schaut es denn generell aus? Du. Hammer alles. Okay. Wir sind glaube ich bald durch. Ähm. Wir gehen da raus. Übrigens. Können wir jetzt. Boah. Ich bin ja da mal einer. hineingegangen. Ich habe es ja gesehen. Ich bin ja froh, wenn ich aus dem Raum da raus bin. So. Stirbst du? So. Man kann übrigens. Mit dem Hammer. Diese Türen hier zu stören. Falls man will. Und. Jetzt. wieder einmal runter. Genau. Und da werden wir nämlich jetzt wieder. Und kommen jetzt schon theoretisch hier hin. Aber uns fehlt ja noch der Master Schlüssel. Daher geht es erstmal wieder zurück. In den Eingangsraum. Haben wir eigentlich schon. Warte mal. Na. Golden Skulptulas haben wir noch nicht alle gefunden. So. Jetzt können wir eben. Ja. diese Türe hier freischlagen noch. Jetzt können wir eben. Diese Türe hier freischlagen noch. So. Sollte ich nicht. Das war nicht. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. So. gonna. Das ist alles zu weit. So. Ahhh. Aus. Ich glaube übrigens, die Fackeln sind deswegen da, damit sich die Fledermäuse auf Häuser gelöscht werden, dass sie sich wieder anzünden können. So. Perfekt. Sonst ist nichts okay. Ah, nicht irgendwann ein goldenes Skidula. Ah, dahinten ist ein goldenes Skidula. Und ein Raubschleim auch schon wieder. So. Denen komme ich nicht mehr zu nahe. Oh, der Robita brauche ich nicht mehr. Und eine goldenes Skidula. War es die letzte hier? Yes, das war die letzte. Perfekt, die haben wir alle. Gut, dann gehen wir mal da durch. Oh! Noch einmal so ein Kollege. Aber, der dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Außer wir erwischen ihn nicht. Ah, gut. Halt ab. Ich erwischt ihn sowieso. Oh, oh. Okay. Andere Seite. Und das war's. Oh, weg. Gut. Das war der Kollege. Mit dem Hammer überhaupt kein Problem mehr. War aber auch schon mit den Bomben kein Problem eigentlich. So, da bekommen wir tatsächlich nochmal einen Schlüssel anscheinend. Huch. Huch. Ah, Bomben, okay. Ja gut, dann werde ich diese Folge jetzt beenden. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir dann eh schon im Dungeon abfließen. Und ja, und dann geht es weiter. Liebe Leute, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und ciao. Euer Dom.